Die Wollnys sind abgesetzt, aber Silvia und Sarah Fiener geben Antworten zu einem möglichen TV-Comeback der beliebten RTL2-Kultfamilie. Seit über 13 Jahren findet Deutschlands bekannteste Großfamilie Woche für Woche den Weg auf die TV-Bildschirme der Zuschauer. Die Wollnys haben in dieser Zeit mehr als nur ein paar Fans und Kritiker gewonnen. Punkt. Nachdem vor wenigen Tagen die erschreckende Nachricht vom TV aus der Wollnys bekannt wurde, gab es einen deutschlandweiten Aufschrei und die Fragen nach Antworten. Jetzt löst die Familie endlich auf, wie es mit der Sendung weitergeht. Punkt. Nach Wollnys Absetzung, so geht es mit Silvia und Co. Weiter. Die Antwort liefert die Familie in den sozialen Medien, wenn auch etwas versteckt. Fans müssen sich erst durch Sarah Fiener Wollnys Tagesrückblick und Abendessenspläne kämpfen, die sie jüngst in einer Instagram-Story verriet. Punkt. Inmitten gepackter Koffer, spielender Kinder- und Schinkenhackröllchen mit Nudeln und Tomatensalat findet sich dann endlich das erlösende Indiz zur Zukunft der Wollnys. Wird es neue Folgen geben? Wir haben ja hier jetzt schon 20 nach 5, ganz viel Quatsch haben wir heute gemacht, erklärt Sarah Fiener, die sich momentan mit ihrer Familie im Türkei-Urlaub befindet. Punkt. Erst kürzlich waren Gerüchte aufgekommen, ob die Wollnys-Tochter Samtmann und Kindern endgültig in die Türkei auswandern könnte. Punkt. Ob nun aus Deutschland oder der Türkei, eins steht zumindest fest, die Wollnys Absetzung wird nicht von Dauer sein. Wir haben heute auch gedreht, verrät die 29-Jährige.Sylvia verrät auf Instagram, sind die Wollnys zu Ende? Doch in welcher Form wird die schrecklich große Familie ihr Comeback feiern? Sarah Fiener verrät keine Details. Punkt. Handelt es sich um eine neue Staffel, einen neuen Ableger oder gar ein Special? Abhilfe schafft Familienoberhaupt Sylvia Wollny, ebenfalls per Instagram-Story, an alle, die mein Leben beobachten und darüber lästern, Gebt nicht auf, Staffel 17 kommt. Gute Nachrichten für alle Fans und Kritiker, der Wollnys also aus Rufezeichen. Wann genau die RTL 2 Familienreportage in die nächste Runde geht, steht noch nicht fest. Punkt. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass die Familie uns weiterhin auf dem Laufenden halten wird und wir noch früh genug erfahren, wann Staffel 17 der beliebten Sendung an den Sendestart geht. Dann heißt es, die Wollnys, Staffel 17, auf die Plätze, fertig, los. Wollnys, Staffel 17, auf die Plätze, 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 los.